ja willkommen mein namen ist an die welt meiner mitte mario war es da und wir begrüßen euch zurück zuletzt bei joshies volley wird wohl ja und ich zeige euch jetzt mein rücken ich habe keine lust euch jetzt anzugucken und ich ja ich bleibe ja bei vulkan joshi weil er schön schwarz ist wenn man grün oder schwarzer kommt dann nämlich den auf jeden fall oder möchtest du wohl kann joshiba sein ich sehe meiner sieht so weihnachtlich aus aber es ist nicht weihnachten das ist doch nicht der punkt es ist nicht weil du bekommst weniger schaden wenn die versteckten objekte sichtbar das ist jetzt so ziemlich die taktik die wir ausfahren werden aber wir können hat irgendwie geldmäßig war doch immer die währung ist diamanten ja das level heißt fehlerleicht auf watte wolken die anfangsmusik das ist eine möge hallo möge hallo möge du bist du bist du du bist du möge aber aber hat mir weh getan wir müssen vergessen regenbogen aus wolle weil ich die farme eines regenbogen ja fehler um dort helfen wir sollten uns behaupten von einem regenbogen wir uns haben schlechtes vorigen gesagt nein da ist noch wirklich weg geworden auch wenn ihr herzen auch nicht warum ja trotzdem ich wollte auf die möbel an die möbel ist gefallen in den scheider entführt und wollte sie runter kommen wollte in endlichkeit fliegen und noch viel weiter und noch viel weiter ich komme nicht auf den raum du darfst lassen die hunde schon wieder aus ich dachte bei dir ist das ist nur ein problem mit brennenden mülltonnen das kann ich also jeder wenn einfach zum herzen ich wollte schon sagen denkst du hast ja gerne das heißt und was ist ein abgrund und ist mayonaise auf ein instrument ich trage mich bringt mich zu klicken zu unendlichkeit und noch viel weiter und nein das machen wir alles ich weiß so eine mülle hat mich getötet ich habe nicht genau will es doch nicht runter ich muss ein kungen drei blumen und drei wolle aus so schlecht das kommt geht weiter was für eine coole transformation wenn wir es haben ein flugzeug leite durch die lüfte und drücke b um gegner mit geschossen zu behaken hat man schon mal nicht die schnappen und ich habe noch nicht kaputt gespielt aber ich würde gerne mal spielen das spiel ist mega schwierig hat kann man nicht zocken wollen 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 es hat diesen alten katholischen alten karton stil weil es sich bewegt und tanzt ja genau das ist nur aus welcher zeit noch mal aus welchem zelt oder mal aus dem 70 oder 60 wenn ihr was darüber ist schreibt es in die kommentare das ersten wort waren hot dog ich habe doch was gesehen wenn ich in diesen stimme die wir jetzt kennen politiv so hot dog hot dog the true america links war irgendwo ich habe es gesehen sie gut aus ich glaube wir kriegen ja auch außer jetzt kommt sie die möwen ich habe keine rolle aber ich die ganze zeit und die rache der möwen wird klar ist jetzt das letzte bett was auch wir müssen alles einsammeln das ist jetzt nur hier 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 da ist nichts mehr glaube ich oder gebe weiter lass uns von hier gehen das ist die möwen gesehen nämlich getroffen ja auch mit hohen ist das passiert ja auch die geschwisten und damit darunter ich habe nicht ganz zu 100 prozent ja aber wir haben sonst alles ist ja verdammt ach warte es sind ja nur die 20 herzen die wir brauchen nix können wir dann eben schnell speedrun aber wir machen sowieso irgendwann ein paar wo wir nur dieses ganze backtracking zeug machen und ich hoffe dann dass er dann professor doktor google gefragt hat wohin sonst alles ist dann finden wir schon ein ja von allein genau dann schnappen wir uns jetzt bereitz das war Diesmal habe ich dich ausgetrickst. Du Trickser, du. Ja, ich Trickser, ich. Ich bin so ein Trickser. Okay, das war dein letztes Level, jetzt kommt schon dein letztes Level, wow, Regenbogen, Yoshi. Regenbogen. Sieht man nicht aus wie ein Regenbogen. Sieht sich aus wie ein Regenbogen. Geh weg. Das ist ein Schande für Regenbogen. Ja. Okay, nächstes Schloss. Da, da ist ein Vogel drauf. Auch Mutter Gluckhuhns Schloss hat, äh, bei mir nicht so, kriegt trotzdem nicht 20 Dinger einmal am Ende Gluckhuhns Schloss Gluckhuhn, Alter, guck dir den Kugel an. Okay, da, wie ich bin. Das weiß. Halt. Ja. Die selben wie die Vögel. Dat классische Vögel. Das ist das gleiche Vögel. alles war die wolken menschen ich wollte nach links fliegen da wird die kugel will ich habe zu machen ja auch damit wusste ich doch dass da was ist habe ich doch gesagt spiel spaß und schokolade drin ja 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 ich hab ja zwei ja gut ich hätte vor den guten apfel gehabt dazu ich habe dich gerade gerettet du sag ich habe dich gerade gerettet mein geschenk ein bild für die ewigkeit nicht wahr ich habe dich gerettet du musst noch überlegen gerade so und wenn du nicht wenn diese scheiß tür alleine wäre das schwieriger gewesen ich habe es sehr gut das ist was ich sehe da was ich auch ok weil wir jetzt beide zusammen gemacht haben wahrscheinlich kann aber nicht sein und da ist mir ein ding mehr dass die leuchten oder was ja das sind die dinge die leuchten das sind diese stempel sticker jeder weg ja ich habe da oben was gerochen dem riesigen vogel ich bin mir scheißegal was die peter dazu sagt hey wir haben alle blumen das tut den vogel wir machen jetzt fotos davon schicken wir die an die peter das dürfen wir gar nicht 20 dinge das war jetzt nicht meine absicht gewesen checkpoint ja ich habe 20 nehmen sind noch nicht beim boss bist du eine rote tür aber wir sind jetzt an dem punkt wo wir nicht mehr zurück können da wer jemals irgendwie zurückgehen sind schon oft genug zurückgegangen jetzt nicht mehr ich hatte dich vor jetzt nicht mehr es geht hier nach oben zurück das ist unsere mitfahrgelegenheit da nicht kommen wieder zurück habe ich zu schützen hätte ich so gefunden man sind wir gut mann sind wir gut wir haben alles wir haben alles was sagst du noch kein schaden nehmen wir noch ein paar herzen weil 20 dann können wir uns jetzt im boss wird man was sagen wir jetzt wir gehen da rein dann sagen wir guten tach überfall mit wolle genau mit wolle packt die wolle in die tasche und gibt es hier uns hier können es einfach nicht lassen was zum glück habe ich da schon was eingefädelt kommen her gluckun passt doch auf ist ja auch egal macht eine arbeit und trenne diese nervigen joshis auf und das vogel oh gott der hat gehört gehört ich habe ihn ausgezogen nein ich hab mich losgelassen so getroffen habe ich nicht näher ich komme daher danke sie war eigentlich meinstig dass sie denn hier kommt zu werden kommen willst jetzt ist der rote herz Er hat Herzenwäsche an. Ist das nicht absolut männlich? Ja, natürlich. Nein, bitte mach das nicht. Das sieht echt bescheuert aus. Es ist einfach, den auszuziehen. Ja. Wat? Boah. Schauen wir nach. Wat? Ich hab mal so was. Bam! Wir haben es geschafft. Jetzt getanzt. Vielleicht keine guten Tänzer. Ja, ich weiß. Das können wir sogar besser. Aber 23 hat sind verdammt. Ja. Weil du mich runtergeschubst hast. Ich hab dich gegessen und aus Versehen ausgespuckt. Ja, ja. Aus Versehen. Lüge! Lüge. Ich hab nichts gedrückt. Ich hab nichts gedrückt. Lüge. Lüge! Lüge! Aber hey, wir haben Weltreihe abgeschlossen. und wir haben 455 stempel auf nähe gefunden wie das bekommen wir neue stempel gleich mal posten und wir haben sogar einen neuen trick anstecken erhalten auch so viel geld ich glaube ja das kann mir kommt den schnappen wo uns ohne dschungelwelt ich rieche sehr viel mit dem ich auch schließe riechen gut ne einer eine verdammt warte mal weltenübersicht beim gucken wofür haben wir die noch holen oder was 34 ich will sie jetzt nicht suchen aber hey wir sind noch in welt 3 2 fehlen es ist auch eine stempel münze in der 34 noch zwei und 353 sonst haben wir überall alles und wir haben hier auf jeden fall alle joshis gefunden das ist das wichtigste genau da wir haben 20 minuten haben war das würde ich sagen kommen wir fangen mit der vierten welt schon mal an als gleiche als gleiche wunderbärchen los los auf in den dschungel ja normal hier sind ja überhaupt nicht eine leihe an wollen jahren jahren okay du kannst mit der zunge items einsammeln so diese zunge da sind bist du ich glaube die ganz sehr weniger schaden nehmen und ich sollte allerdings warum soll ich weniger schaden nehmen weil ich sowieso immer schaden bekommen stimmt auch wieder wir waren sogar auch schon in joshis island vertreten die werfen aber auch mit sachen nach uns ich bin ausgespuckt riesen dinge das ding ist hin ja wie wie hängt es sich denn so hängt es sich gut grün ja er liebt grün über alles deswegen hat er auch nur grün an schmeckt das denn überhaupt für diesen ein acht mit den anderen affen erledigt verdammt ich wollte eigentlich auf das ding ziehen und den affen dagegen gut ich habe den affen getötet wir haben keine wolle wir haben keine wolle dann wenn jetzt wir müssen jetzt wollen suchen wolle suchen noch mal hierher kommen das ist keine wolle aber das wird auch keine wolle aber war genauso gut das ist aber nach oben drückt man das kann der affen werfen nein wenn wir jetzt da und wenn wir es nach oben kommen wir nicht mehr zurück wir müssen noch ganz zurück wir müssen da noch mal eine wolle guckt oder moment ich habe eine idee du kannst mich nicht dagegen werfen glaube ich mit besuchen muss mal okay lasst dich los und ich bin ich so wie soll ich funktioniert doch ich kann mich da nicht in die röhre verwandeln das war eine gute trick shot das schaffst du schon ja das ist das hat sie gemacht mit sehr viel schreien ach hast du dann auf meinen arsch geguckt nee war halt jetzt kommen wir rufen ja wohl da draußen oder draußen wir müssen hier arbeiten und hier wird gern kam für die gettung der älter jetzt sind jetzt ist eine runde mit bist du in dem maul rumlaufen und so und ist hier ab was hat das melone ich habe gegessen das belohne geile sache ach so die essen millionen mit ihnen ja wie in joshis einländs mit dem großen start man gibt mir die melone hat die peter sicher irgendwas warum soll ich es was tun also wie kannst du sagen das ist sehr viel grün in diesen diese wolle alle arten vom grünen ich habe voll ich bin in die melone geklaut der klasse in die melone geklaut darum rechts ist was glaube ich oder was war dass wir jetzt einfach gänsehaut bekommen als wenn ich spinne also wenn ich eine spinne was du angst verspielen ich habe angst verspielen ja ich eke mich weil ich meine sie kriegt gänsehaut dann denke ich mal wenn ich einmal eine am tag gesehen hat dann denke ich mal irgendwo wenn ich verparen das gibt es nicht gesehen das ding gesehen ja es gibt nur ein ging mir die neuen king delia alter ja wir könnten das leben perfekt abschließen hier maschinen gewähren damals ja denn 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 wird eine perfekte geschlossen ja ja und spiel bonus spiel angelei an volianen ich war doch noch irgendwie ein sticker oder so nee ich habe den letzten eingesammelt als du die letzte wolle eingesammelt hast genau haben wir es doch fantastico wir schlagen uns echt viel besser als in der letzten session ja wo wir überall gefällt haben jetzt eine mitte zu oder ich gehe einfach nur durch den sammeln ein kick haben ja punkte nehmen wir zum einsamen so was aber du kannst er halt vor von der weiten weiteren range ausschnappen okay dann ist level abgeschlossen und denke mal das was auch für den partner und ist er voll grün das ist ein dschungel joshi habe ich schon so ein nee das ich glaube das war ein wald joshi gewesen bald im dschungel ist was anderes also auch den vulkan der richtung ist da der kekse raus alter sind mit kekse so ein paar bänden ja genau dann bis zum nächsten mal die die